und guten morgen liebe leute hier also ja guten morgen hier auf dem server auf jeden fall die nacht ist gut überstanden worden 6 uhr morgens hier wieder joinen willkommen zurück hier auf diesem gigantisch geilen server nämlich omnicidal oder klar und zwar am donnerstag hier natürlich 19 uhr daisy ja daisy natürlich daisy ne morgen kommt by the way mortau mit dir hast du spaß ach so mordau ist natürlich auch ein cooles game hier also ja 19 uhr bro ist natürlich schon mittlerweile viel mehr als eine uhrzeit aber ich würde sagen wir gehen mal rüber in tower let's go ja also du willst den linken direkt ja oh mein gott oh gott rip alter ich kill dich gleich machen wir natürlich nicht denn wir sind natürlich bros und da wird sie nicht gegenseitig gekillt höchstens maximal ja okay ich mach zu scheiße da würde ich sagen fackern war gar nicht lange sondern oh gott alter er trifft gleich nicht schaffst du es oder also ja noch mal ja wieso kippst du denn nicht um mein gott was alter meine fresse also erstmal verbinden natürlich zwei stunden ja wir haben den tower eingenommen hier oder was ja wird natürlich schlagartig dunkel wenn wir hier drin sind das game mal zwar wieder sehr sehr gut mit uns yo hello anyone here ich bin tot also erster stopp irgendwas gehört ja du hast doch gesprochen nie so n so n so n was was komisches hallo hallo geh mal hoch okay safe ja hallo geh mal direkt auch ganz hoch oder was oh hier sind viele gegenstände liegt auch eine waffe und so einfach rein pushen bin drin ist überhaupt nicht drin doch unten safe ich gehe hoch wie du gehst hoch alles safe bro okay wir haben die tower erstmal eingenommen ich würde sagen oh hier liegt nur ein m4 und so für dich ja alles klar ich bin auch schon längst oben aber okay gut ach du hast du hast wieder ein leck oder was nee weiß nicht kann sein ja jetzt kann auch nicht die hände oh nee da habe ich jetzt überhaupt kein bock drauf oh nee ja du stehst bei mir auch wieder im raum drin scheiße und klebst dein bein so was du joggen man oh no oh fuck ja da würde ich sagen wir einen kleinen cut hier bro auf jeden fall warten wir was hier passiert und sehen uns gleich wieder ja ja bei mir hast du gerade noch ein zombie gekillt ja er ist tot ist tot bist du schon am rennen ne ich renne noch nicht achso ok gut gut muss man hier in der daily standalone natürlich regelmäßig abklären oh ja da kommen die ganzen zombies schon let's go man jetzt kann ich ok jetzt rennst du ok jetzt bin 1x3 behaken ja oh was ist äh hier liegen 1000 waffen am boden ne oh mein gott ich sehe es ja oh mein gott schießt du schießt du ne ich schieß nicht ich schieß nicht ok let's go oh shit nimm doch die la auf bitte er nimmt sie bei mir auch nicht auf oh rip die können dich echt gut gebrauchen ne ok let's go ok ich bin bei der ersten really da hinten oder was ja bei der allerersten die erste die kommt ich seh dich jetzt gerade noch nicht achso ich bin außerhalb noch am rummern mit dem zombie an der backe hier ja ich seh ich ich seh dich auch nicht ehrlich gesagt ne warte mal warte mal bist du das auf grüner helm grüner rucksack hast du nachtsichtgeräte an ja ah ja 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 du kommst jetzt gerade das sünd gerade erst wieder ach so lächst du bei dir wieder oder was ja ja kann gut sein das ist so krank ja die tür geht auch nicht auf oh mein oh gott ich werd geschlagen von zombies gibt's doch nicht alter oh gott das game ist so broken ich hab ich blute zweifach shit bro genau ich seh dich leider nicht ich würde gerne helfen aber shit ich geh mal zur ausgangspose zurück vielleicht bist du da drin ich bin drin ich bin jetzt im gebäude quasi die tür ging auch sofort auf ich verbinde mich gerade zweimal okay in der arma 3 barack in der arma 3 barack ja was ist denn das für ne scheiß bei dir da immer ja natürlich die ganze map ein bisschen arma 3s bro das hätte man in so einem miss verstehen können aber ich glaub wir wissen beide was gemein ist natürlich in der DS-Tandalone die erste barack hier meine ich natürlich wir spielen ja auch nicht den ersten abend zusammen ok du hast meine stimme jetzt nicht gehört in game doch yo hello ah ja ok jetzt bist du alles gut wir haben ja dieselbe ok halt was für komplikationen man immer hat mit dem game ja das hast du in keinem anderen game so übel oh mein gott ich seh dich nicht die stars ey das ist schon heftig ok die la kann ich hier wieder nicht aufnehmen doch jetzt ne take into hands ne mach da einfach nicht ne weiss ich guck ob ich was essen kann hier in der DS-Tandalone ja essen kann ich auch also gut dann also so ne la ist ja schon geil ich hätte halt noch ein mag für die und ein bisschen muni ja aber na gut bro ich würd sagen wir waren hier einen kleinen cut oder ja müssen wir was machen hier bisschen perfekt so bro oh Achtung ja Fliegengeräusche achso du meinst hier ist einer drin oder was hello kann gut sein hello und ne safe oben ist bro natürlich auch safe hier wenn wir da sind dann piezeln sich die meisten und gehen schon direkt ey was ist denn das ich hätte auch richtig Bock hat auf so ne richtig geile Konversation aber wo ist denn die Leiche ey wir sind grad schon mega provokant übers Airfield gelaufen es schießt niemand hier irgendwie ist der Wurm hier drin heute ja aber die Leiche ist auch nicht da hmm wahrscheinlich durchs Gebäude geglitscht ne ey selbst die Leichen verstecken sich schon vor uns ne ist das traurig wärs echt traurig als wenn wir letztes Mal nicht so rasiert haben achso ja ja ich hab mir grad noch die Lage geholt da vom Tower und da mitten auf dem Airfield lag das kann ich natürlich nicht so einfach liegen lassen bro das ist natürlich klar und äh wahrscheinlich klar und klar natürlich nicht also klar und klar ja reimt sich geil bringt das jetzt aber auch nicht viel kannst du mal schießen oder so dass wir vielleicht Leute anlocken echt meinst du das soll ich machen ja mach mal boah ey krass alter boah krass man oh ähm ok das war knapp also ja nice das reicht glaube ich bro und dann würde ich sagen geil warten wir mal ein Minütchen hier perfekt was ist los ja kurzes Update ich hab grad da hinten einen Nila geschossen das war so reflexartig ja und da rennt jetzt grad einer übers Airfield warte mal seh ich den noch auch zu uns wieder ich glaub der ist jetzt zum kleinen ATC gelaufen oder zum großen oder ins TZ Gebäude das kann ich jetzt grad nicht mehr einschätzen ja aber der ist hier irgendwo auf unserer Linie ich pass mal ein bisschen auf dass der jetzt nicht rechts übers Airfield abhaut oder ob ich den irgendwo im Tower sehe oder im TZ Gebäude ja also unser Gebäude sind halt mega viele Zauber wir sind so auffällig hier ja da liegt der Kollege tot leider sorry an der Stelle leider warst du ein bisschen weit weg um zu reden aber der hat echt in unsere Richtung gegafft ja ist echt so ja er hat ja gewusst dass wir da sind ja wie könnten Leute darauf kommen dass wir hier sind das verstehe ich überhaupt nicht Bro Mensch keine Ahnung 100 Schuss in die Tür geballert wahrscheinlich da rum also das kann natürlich sein ja na gut okay da kriegt doch was rechts neben dem Tower was 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 da liegt was der hockt da im Busch der hockt da im Busch rechts neben dem Tower rechts neben dem größten Tower liegt da im Busch ja guck er kriecht mit roten Hose Tatsache schon wieder willst du da looten oder was ah in den Busch geschossen der ist jetzt wahrscheinlich um Tower rum sollen wir mal hin wollen wir echt mal lass mal hin lass hin wir haben zwar geschossen aber vielleicht können wir es doch noch friendly lösen Achtung 10 das können wir bestimmt friendly lösen hier Bro glaub ich zwar nicht aber oh mein Gott alter meine Presse jetzt bin ich wach wieder ey ja ne das macht dich echt wach in dem Game ja echt ich war voll müde schon schon so irgendwie haben wir hier ganz gut Deckung wegen des Teasy Gebäudes da würde ich sagen gehen wir links rum und erstmal ins kleine ATC oder ins in den ATC sogar rein um ein bisschen Deckung zu haben Bro genau genau und die Sachlage mal wahrscheinlich Sachlage die Lage hier mal auszuchecken hello das ist natürlich kritisch hello man hello buddy hey whats up hey yo so can we come in ja ich geh da rein wo wir gerade raus sind gehst du da rein wo wir gerade raus ok ich geh ich komm auch hast du die Tür offen die Tür ist offen ja ok weil dann würde ich jetzt gleich mal die Zong ich muss ganz schnell die Tür zu kriegen ja mach ich hab die große Tür auf ne die beiden Doppeltüren hier komm rein oh shit sorry nice alles klar lass mal hier mal kurz abchecken ob hier die Türen auch zu sind ja sieht gut aus das Treppenhaus ist offen ja ich schütze mir erst da oben hallo hey hey can you hear me buddy we are friendly are you still here oh shit ich steck fest also ist überhaupt hier drin in dem guck mal ja ne ich also ich ich hab jetzt nicht wegrensen er müsste hier drin sein ja nicht dass er in einem anderen Gebäude war ich stil mal das erste Stopp wer ok oh ok ist gut erster Stockwerk ist safe erster Stockwerk ist safe erster Stockwerk ist safe ok ja ich hab ein Déjà-vu irgendwie man ja das ist nicht nur eins die oft hier schon hochgepusht sind in unserem Leben ok und das zweite ist auch safe oh mein Gott hallo ist ja ganz oben wahrscheinlich hallo oder ist der doch schon abgehauen weiß es nicht hallo hallo Tür Nummer eins safe ok ok auch safe ach mach's doch nicht so spannend Bro wo ist der bitte hallo hallo du ich glaub der ist weg wie kann der weg sein das verstehe ich auch nicht also es kann natürlich sein dass der raus ist also dass der trotzdem als ich dich da reingelassen hab da hinten rausgehuscht ist durch eine andere Tür aber prinzipiell muss ich sagen bin ich jetzt doch ein bisschen überrascht ja ich auch also ich dachte er wäre hier drin hallo hä wo ist denn der abgehauen jetzt weiss ich müssen wir jetzt ein bisschen abwarten und suchen oder was ja oder gut wir suchen uns halt den nächsten Bro die Menschen hier in der Daily Standalone sind natürlich austauschbar geworden für uns obwohl er eigentlich nicht er hat geantwortet er war friendly er hat geantwortet ja oder warst du da schon wieder ne hä ne du hast ihn doch auch gehört oder nicht ich hab nichts gehört nein achso ok ich bin verwirrt hast du gefragt ob er das überlebt hat oder ob er überlebt oder so ja egal wir gucken ob ihn finden oder nicht liebe Leute und in dem Sinne bis gleich so liebe Leute wir haben ihn entdeckt glaube ich oder jemand anderes wow 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 warte warte das bist nicht du hier ne nein nein da ist noch ein anderer Typ pass auf hello halt mal kurz die Stellung ich muss mich verbinden ja ja alter was war das denn so ein blau gekleideter ich glaube er weiß nicht dass wir zu zweit sind hast du noch ein Rack ne warte er kommt ich brauch ne Rack alter ich sterbe sonst warte warte er kommt er kommt er kommt ich sterbe ja aber er kommt jetzt gerade scheiße scheiße nicht jetzt man ok warte warte ich hab ihn gleich halt durch halt durch ne ich kann nicht durchhalten ich bin tot so gut wie drop dropped er kommt eh no damage no damage scheiße man wo kam der denn her auf einmal ich weiß es nicht auf einmal war der da oh mein Gott anstatt zu reden wassup buddy yo you friendly how are you yeah yeah i'm cool yeah me too i got no choice anyway yo bro yeah oh you wanna come with me to where oh i got a friend here oh look that's me oh i just died five minutes ago i'm gonna sit behind this sandbag then and watch me die i would rather watch you die than not getting shot myself thanks man thanks i'm sorry ok let's go over here tschüss ah kann sein ja bro bist du hier drin nein weine ich nicht wo bist du denn bist du im prison ja ok ich komme ich komme should be safe in here should be safe in here hello yo that's my friend don't shoot don't shoot hey 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 it's my friend give a pkskn or whatever the fuck yeah i got one but uh barely no ammo do you have any mags do you have any mags oh unfortunately not no digger der ist friendly wie heißen der ingame äh das weiß ich nicht kannst mal hey what's what's your name man what'd you say what's your name what's your name oh uh babushka babushka oh babushka nice to meet you man what's up nice to meet you guys nice to meet you i'm lucy hello man and it's very nice to meet a friendly guy here actually yeah you're the first one i wanna grab ammo from somewhere and fucking shoot those guys oh we go to the ATC that's where oh look there's a dead body at the barracks over there yeah i'm gonna run down there and see if i can get some 556 off of them bro we're coming with you do you have a mag come up no magazine no but ammo for let's go yeah nice shit boys geil man da haben wir echt hier nochmal einen Kollegen aufgerissen man auf jeden Fall so pass auf siehst du da die Leine die hab ich gekillt also nicht gekillt die wollte ich retten die ist tot die ist alles safe die ist alles verleicht die ist alles safe wahrscheinlich oder holy shit ja den wollte ich retten aber der ist leider zusammengeschlappen worden aber der hat ja nix ah hier hat ja let's move on dann lass mal weiter pushen zum ATC äh Achtung Player rechts aufm Airfield lass mal hin der ich glaub der rennt vor Zombies weg dem helfen wir ich glaub der wird beschossen der wird beschossen ja glaub ich auch egal müssen wir trotzdem helfen Digga erst dann müssen wir ihm erst recht helfen was ist los natürlich wir sind hier die äh wie sagt man wir sind natürlich hier die Retter der die Retter wo ist Babushka weg hey we help you man we help you hey buddy you need help oh shit er das war definitiv auf uns oh fuck das fehlt hier auf uns ne aber wo ist er jetzt hin also er ist definitiv nicht hier übers Feld hello muss irgendwo ein Busch sein hello we help you out lass mal zurück aufs Airfield ich glaub die schießen von außerhalb okay lass mal zurück oh Gott was ist gerade los man die ganzen Zombies wo rennen die denn hin ich steche sehr gleich sollen wir uns da einfach mal eingliedern in die Zombies ja aber ja aber lass mal machen so wie der Walking Dead oder so keiner merkt lol wahrscheinlich keiner bemerkt uns oder wahrscheinlich keiner bemerkt uns oder ich würde ganz gerne wissen von wo die schießen ich weiß nicht wo ist Babushka wo ist der Typ dem wir helfen wollten lass zum ATC ja lass zum ATC das ist hier ein bisschen bisschen zu suspekt hier muss ich sagen zum großen ne ja zum großen bist du hinter mir ja Babushka 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 das war neben dir ein Zombie direkt zerschossen vielleicht helfen die uns ja ich weiß oh ne ich das klingt nicht wie helfen ganz ehrlich so wenn jetzt die Tür nicht aufgeht bin ich dead okay doch ich bin drin ich bin das auch zu 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 Babushka Babushka Hallo 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 ist Tom? Jo es ist dir? ja nein nein es ist nicht die selbe Stimme oder? 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 du kannst kommen aber ich versuche ich werde nicht schießen wenn du nicht schießen okay ja wir werden schießen woher sind wir woher sind auf der Toppe? äh fast auf der Toppe auf der Unterfläche ich werde bitte nicht schießen ich werde die Wehre auf meiner Beine okay ja ja wir machen es man wir sind freundliche Leute okay ich habe meine Hände in der Luft Babushka ist dead ich komme ich komme ich sehe mich watch out snipe oh hello ja da ist jemand snipend watch out du musst du unten weil ich wurde snipend ich bin echt sehr hoch oh shit okay yo bro take deine Hände runter okay es ist okay beacke du musst du unten um 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 did you guys shot me earlier over here ah no no way what's your name dass tak hallo i don't know what's your name what are your guys names my name is lucy ah ok i don't know you hallo ich kann sein irgendwie nicht fühlen ich glaube den hast du vorher erschossen mit one shot echt ich habe viele Leute hier oh ich habe dich zuerst töten ich bin sehr sorry bro sorry ich bin sehr sorry in case ich dich zu töten oh nein es ist okay es ist sie ja aber eher das richtige Mindset für das Game einfach es gehört einfach dazu so ist es halt einfach ja bro sollen wir hier einen kurzen Cut machen und dann gucken wir wie das nächste Folge weitergeht mit ihm hier meinst du ja nee Spaß Bro apropos Spaß ich würde sagen wir lesen nochmal schnell zwei Gags vor die haben wir natürlich nicht vergessen hier oh shit stimmt ja ja pass auf ich habe nämlich noch einen Gag aus der Versenkung geholt und zwar wo ist er und zwar einer der mal wieder von YouTube vielen Dank dafür danke für nichts YouTube in dem Spam Ordner gelandet ist und zwar hier von Marne der fragt wie heißt ein türkischer Wirbelsturm weiß ich nicht Orkan oh Gott stimmt nicht schlecht gut dann hätte ich auch noch einen wirklich geilen Hashtag der Hashtag Daisy Hashtag Gag in welchem Zug hat nur ein Mensch Platz im Anzug Digga ja grüße gehen raus dementsprechend an Felix 0815 mein Guter grüße gehen auch raus natürlich an Orkan bist du natürlich auch 0815 ne natürlich nicht Felix vielen Dank für deinen Gag mein Guter ja falls ihr noch Gags haben natürlich gerne in die Kommentare und auch andere Gags bewerten dass wir direkt sehen was die geilsten sind was gut ankommen und in dem Sinne Bro bis Sonntag bis zum nächsten Mal tschüss tschüss tschüss